Äh, wenn man weiter geht, sich wohl schon wieder unterbrochen... Maaaannn... Was wollen die halt alle von mir? Das geht ja gar nicht. Wo ist die falsche Taste? Ich schaue wohl einfach um euch. Hier nichts abarbeiten. Dann werden wir da schaufeln. Hier ist der Wagen weitergefahren. Mal gucken, wieviel... Lars... Also der kurze Cut will... Ach, scheiß vom kurzen Cut... Hm... ...mach guck, wieviel... Lars... Also der kurze Cut will... So... ähm... 19... Da müssen hier auch ungefähr 19 Leben sein. Ah... So... Das bauen wir dann später noch wieder zu. Erstmal... Hier... Gnauf... 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 Achja, danke... an... ...Raziel... 5000 nochmal, weil ich finde die Idee mit der Lava richtig gut. Okay, ich hab's mir jetzt ein bisschen anders gemacht als er, aber... Ich finde die Idee trotzdem... ...gut. Oh... Ja, das ist jetzt schlecht. Oh, das war aber riskant. Hm... ...I start inside of us... ...the world on the outside... ...the sun is going down soon... ...the sun is going down soon... ...the bed and inside... ...I cover up the door... ...so I can wait and hide... ...mhm... ...neben müssen wir ja die Blöcke später noch wegmachen... ...neben müssen wir ja die Blöcke später noch wegmachen... ...mhm... ...mhm... ...fette, wir haben noch Glas am Ende über... ...so I can wait and hide... ...so I can wait and hide... ...mhm... ...the mind is so dark now... ...it's hard to see... ...the tunnel's getting black... ...I'm almost out of trees... ...mhm... ...I go back for more coal... ...but find there's nothing left... ...but there's something in the dark... ...and I think it's after me... ...oh, das ist... ...schlecht gewählt von mir... ...I think it's after me... ...mhm... ...so... ...mehr Glas... ...Glas... ...noch mehr Glas... ...noch mehr Glas... ...noch mehr Glas... ...oh, n'Tommy... Ja, die Geras arbeiten... Oh, ist die Lava-Wand hier! Extrem! Dann pack mal die Fackel hier weg! Hey, ich will doch nur die Fackel wegnehmen! Es ist all of night now and I haven't heard a sound I can't see outside, is there anyone around? I need to leave here soon, before it's night again I open up the door and the creeper is let in Minecraft, what about Minecraft? Okay? ino So, people are just ready to open civilization So, that's the way we move Runterschließen bis nach unten. Lava-Lampe fertig. So. So, hier unten gucken. Ach so. Ich hätte es anders machen müssen. So. Sieht lustig aus. Säuse. Jetzt habe ich zwar keinen Weg mehr mit. Warte mal mal hier unter einen. Ein Weg, wo ich zu Fuß lang gehen kann. So. Ba-dam-ba. Es wird gerade Tag. Aber. Ich muss mal was kurz gucken. Ähm. Ich gehe sofort weiter. Heute ist der 20. Ähm. Ja. Ja. Okay. Ich muss wegen der Startzeit. Ich habe sie schon wieder vergessen. Gucken. Na so. Dann machen wir jetzt noch eine Mauer weiter. Die Latentie sieht ein bisschen komisch aus. Obwohl ein bisschen ist noch unter den. Ja. Kommen wir jetzt noch hin. Obwohl ein bisschen ist noch unter der. Ich weiß nicht, bis wohin ich die Mauer baue. Ich glaube, bis zum Wasser. Das wird noch viel Stein kosten. Das weiß ich jetzt schon. Der Stein ist jetzt aber falsch. Die Mauer muss bestimmt eh an manchen Stellen noch einen höher als wir jetzt wissen. Habe ich noch mehr dabei? Ja, cool. Das war's für die Welt. Also ist es hier ein paar Jahre lang. Und... Hier noch einmal... BAM! So, einseitige Mauer haben wir jetzt schon mal. Da kommt aber noch ein Wehrgang dran. Na 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 na... So... So... Für den Wehrgang brauchen wir aber auch noch Leitern. Fährt mir noch mal. Hm... So... Ach, ich kann ja euch ja schon mal sagen, dass... Weihnachten... Ähm... Ein Let's Play Time... Ich weiß nicht, wie ich das machen werde mit Let's Play, aber... Ich kann mir da ein... Spiel kommen, was ich jedes Jahr zu Weihnachten und so ich spiele. Weil es ist nur so ein kleines Stamm-Mann-Spiel. Aber ihr werdet das ja schon mal sehen. Wir werden es ja dann sehen. So... Hm... Nehmen wir noch das bisschen Getreide da. Und dann war's das schon für heute mit Let's Play Minecraft. Okay... Okay... Ähm... Da... Gleich wieder neue reinpacken. Das war's dann wieder für Let's... Let's Play Minecraft heute. Und... I'll leave my one in.